Oh man, oh man. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist, aber wir müssen ja irgendwie jetzt hier lang. Ich probiere es einfach. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll, ehrlich gesagt. Wenn ich in der Mitte bleibe, passiert mir da was? Okay, ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden. Wir sehen die Viecher. Okay. Da muss ich mir jetzt echt überlegen, wie ich hier... Aha, okay. Okay, okay, okay. Ich habe es verstanden. Oh, wie ich wieder erschrocken bin. Also, in dem runden Globus ist safe. Dann gehen wir hier lang. Am Tisch sind sie. Können wir dran vorbei. So, was ist... Nee, nee, Kamera 5 ist das noch nicht. Aber für welchen Winkel ist denn das jetzt hier? Also, ich weiß, nicht. Ich weiß, dass hier... Nee, ich weiß, nicht. Also, ich weiß, nicht. Wir müssen dort hinter, ne? Ich probiere es einfach, wir müssen jetzt irgendwie an den Globus und dann, was ist nach dem Globus? Also, genau. Das Teil müssen wir uns merken. An dem Schreibtisch sind sie. Hinten an der Lampe. Wir können hier ein Regal rüber ohne zu entdeckt zu werden. Da können wir geradeaus durchlaufen. Das sind verschiedene Blickwinkel, ne? Das ist nicht nach und nach getimt. Das sind verschiedene Blickwinkel auch. Ich probiere es jetzt einfach. Ich kann mich ja rauskämpfen, ne? Also, wo ist der Globus? Wo ist der Globus? Boah, der hier drüben? Oh, ich habe, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Aha, aha, aha. Okay, alles gut, alles gut. Wir sind jetzt hier. Also, hier passiert nichts. Da ist was passiert. Also, können wir jetzt? Achso. Ne. Ne. Ne, 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 ne. Das ist verkehrt. Das war verkehrt. Können wir hier lang? Oh mein Gott. Können wir dann hier lang? Nein. Okay, ich habe sie aber noch nicht gerafft. Können wir hier lang? Nein. Oder müssen wir von hinten ran? Ist der Globus hinten? Gehen wir jetzt nochmal über die Treppe ganz hinten und dann fangen wir dort hinten an. Wir müssen vielleicht von hinten anfangen. Müssen wir den PC anschalten? Achso. Müssen wir von hinten anfangen? Wir konnten ja vorhin. Tja, wir werden es sehen. Ob es funktioniert oder nicht, was ich jetzt vorhabe. Wir gehen jetzt einfach hier runter. So. Und nun? Keine Interaktion. Nichts. Wir erkunden jetzt erstmal links und rechts. Kann ich nicht? Kann ich nach links? Kann ich auch nicht. Also muss ich jetzt riskieren, hier irgendwie weiter zu gehen. Ja, 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 ja. So, da gehen wir hier rum. Aha. Boah, wie ich erschrecke, ne? Mein Gott, nein. Wohin muss ich eigentlich, ne? Das ist jetzt die... Die Leiter. Müssen wir die Leiter benutzen? So, hier ging es ja hoch. Ja, ja, ja. Okay. Okay. Ach du Scheiße. Ich weiß doch nicht, was ich machen muss. Da hinten war der Globus. Das ist ein Zeitpunkt. Ich werde mal schauen. Oh man. Daniel. Ach nee du. Muss ich? Ich muss zu der Schreibmaschine. Ich muss zu der Schreibmaschine. Ich muss genau dahin. Ich glaube es ist nicht einfach du Dödel. Es ist einfach. Weiß was das Problem ist? Denn er ist unsere letzte Spielfigur. Wenn ich das verkacke. Ich glaube es ist einfach. Tja. Wir müssen es riskieren. Ey das ist echt assi ne. Ich habe jetzt nur noch die letzte Chance mit Daniel es zu schaffen. Ansonsten sind wir Game Over. Und da gibt es unten irgendwo eine Schreibmaschine die ich finden muss. Ich durfte mir noch so assi ne. Ich muss mir merken wo die Viecher waren. Aber man hat kaum Anhaltspunkte. Ich weiß dass der Globus safe ist. Dass man da links überall dran vorbei kann. Der war glaube ich auf der anderen Seite der Globus. Ich bin da links gegangen. Sollte probieren vielleicht. Es kann jetzt ein Fehler sein. Aber ich gehe mal in die Richtung. Ich habe gesehen dass auf der Seite der Globus war. Dann müsste ja die Seite safe sein. Leute. Ich weiß es nicht. Einfach geradeaus gehen wird auch nicht gehen. Das ist echt assi. Soll ich denn das schaffen. Probiere jetzt einfach mal hier lang zu gehen. Und ich bewaffne nämlich schon mal. Genau. Hier war es safe. Hier war es safe. Okay. 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 Oh man. Oh man. Wir gehen step to step. Wir wissen. Hier sind wir am Globus. Was passiert wenn ich jetzt hier gerade ausgehe. Weiß ich nicht mehr. Also merken wir uns die Stelle. Wir kommen hier safe rein. Okay. Oh. Geräusche. Ja also. Ich glaube ich werde das in Zeitraffer abspielen. Wenn ich wieder zurück renne und mir den Bildschirm angucke. Aber anders werden wir es jetzt nicht hinkriegen. Es tut mir sehr sehr leid. Ich werde jetzt step to step. Werde ich jetzt immer wieder zurück zu dem Bildschirm rennen. Und versuchen mein Aufenthaltsort zu lokalisieren. Und genau gucken. Wo sind die Viecher. Und wo können wir lang. Ich glaube das ist ein Plan. Aber anders geht es ja nicht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Und wenn ich nicht weiß. Wo die Viecher sind. Wäre es ja Selbstmord. Einfach Leiter zu latschen. Das wäre einfach Selbstmord. Also. Ich denke mal. Ich werde es gleich ein bisschen in Zeitraffer abspielen. Ja so machen wir das. So machen wir das. Deswegen kann man das auch überspringen. So. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 eben weil es eine Lampe drauf ist. Der ist nicht safe, aber das Regal dazu ist safe. Ganz wichtig wir sehen ein Gesicht, eine Statue. Die Statue ist nicht safe, bei einem runden Tisch mit einer Lampe drauf, daneben ist eine Leiter, ist nicht safe. Wenn wir beim Globus sind ist auch nicht safe, Globus ist nicht safe. Die Statue ist nicht safe. Die Statue ist nicht safe, keine Abathon muss, sondern bis zum Bogen. Die Statue ist nicht sicher, dass sie einfach nur auf derart die Statueела Code entschieden haben, aber die Statue sind sehr schön. Die Statue ist nicht safe, es ist nicht nicht ganz wichtig. Der hat sie nicht damit zu machen, sondern es eben nicht zuamilyen. Die Statue ist die Statue ist nicht schlecht, bis zum Bogen. Die Statue ist eine Religion zu jedem Spielen. Die Statue ist ein Bundesgericht zu領 Св perdeu. Natürlich sind sie nicht sicher. Die Statue ist nicht gut, dass sie sich nicht mehr vermalen. Bei einem kleinen Hocker. Mit Stufen. Ist nicht safe. Oh Gott nein. Aber die ganzen Säcke sind safe oder? Ein Tisch wo eine Pergamentrolle drauf ist. So ist safe. So ich denke mal ich habe ein paar Schlagwörter, ein paar Skizzen aufgezeichnet. Doch wie soll ich hier durch? Ist das ein Puzzle? Muss ich damit irgendwas machen? Muss ich die verschwinden lassen? Nein, nein, nein. Wir müssen uns da irgendwie durchwursteln. Aber wie? Wie? Von welcher Seite? Von welcher Seite müssen wir hier ran? Kann ich die Mitte betreten? Dort ist der Hocker. Nicht safe. Die Stühle müssten safe sein. Dort ist nicht safe. Was ist jetzt auf der Seite hier? Ich sehe hier nicht was auf der Seite ist. Das ist mein Problem. Ich sehe hier nicht was auf der Seite ist. Dreht sich die Kamera? Dreht sich die Kamera jetzt mit? Ich muss von hinten ran. Ich muss von hinten ran. Macht keinen anderen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn sonst. Ich überliste die Viecher noch. Klappt mir. Das kriege ich hin. Ich weiß nicht ob ich dafür jetzt trotzdem Game Over gehe. Weil ich glaube ich... Wie hoch ist unsere Chance, dass wir mit Daniel drei Angriffe überleben? Weil vorhin habe ich es nicht mehr hinbekommen zu schnell zu drücken. Darf ich von oben reinlunchen? Weil oben bin ich ja safe. Darf ich von hier aus nach unten gucken? Ach, schaut einer mal an. Ein bisschen was sehe ich von hier oben? Ja, sorry. Ich werde definitiv jetzt hier richtig safe vorgehen. Ah, von hier aus darf ich nicht runter gucken. Gib mir mal ein bisschen Einblick. Das sind aber nicht die Stator, die ich auf dem Bild gesehen habe. Ich habe kaum safe Stellen. Ich habe fast nicht eine Stelle, wo ich richtig safe bin. Ich darf von hier aus nicht. Ich darf von hier aus nicht. Na gut, probieren wir es mal. Wir kamen jetzt nicht. Das war nicht. Abschuldigen Sie das. Alles klar. Das war nicht. Ich habe jetzt wieder was für dich. ich muss riskieren mal hier kurz zu gucken habe ich bin ich von hier immer hier rüber ich mache mich jetzt mal eine vase habe ich nirgends wo gesehen ich behaupte es ist safe wenn ich jetzt wüsste was jetzt hier um die ecke ist ich habe das bild nirgends wo gesehen das bild hat es gab es nirgends zu sehen pass auf ich probiere jetzt hier rüber zu gehen als anderes fällt mir jetzt nicht ein ich probiere es einfach lobe falsch ist falsch ist falsch der klobus war nicht safe auf da ging es von hinten ins verderben ich muss riskieren entweder hier gerade auszugehen und dann abzubiegen bei den stühlen oder spieg geht's gleich in das regal hier ab ob hier ist an den stühlen vorbei drücksecke warte mal nee das ist nicht safe die stadt und sind nicht safe das viel lauert hier muss ich bei der ich muss bei den klobus rum aber ich weiß nicht wie ich gehe es nochmal zurück oh leute oh leute oh leute das wird hart das wird jetzt hart wir werden es probieren anders geht es nicht wir werden es jetzt probieren wo war der klobus nochmal so daniel wir schaffen das jetzt zusammen ok passt auf gehen jetzt hier rum da müsste jetzt der klobus auftauchen ne jetzt war das der klobus wir gehen jetzt einfach hier lang es ist kein bock mehr ok ok gott leute tisch mit buch schnirungswo gesehen schachbrett gott ey schachbrett wir gehen jetzt zum wenn wir das ist das ist es ich tisch es ist bei ich Oh, 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 oh. Wie krass ist das gemacht hier, ne? Wann biegen wir ab, ne? Wann? Pergament Radler war safe, oder? Stopp. Der Hocker aber nicht, ne? Oh, da steht keine Lampe. Es war ein Hocker mit einer Lampe. Leck mich. Entschuldigung. Ja, okay. Ich weiß, es ist kein Weg mehr. Wir müssen hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Oh Gott, ey. Da ist es. Ja. 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 Wir haben es jetzt. Uh-huh. Unheimliche Ereignisse. Ein alter Band, der die Geschichte der Ermittlungen von Lecren zu seinem Gefährten erzählt. Das könnte sinnvoll sein. Was? Oh, verdammt. Was? Warum? Was ist los? Warum Mist? Was?